Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut 12.908 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem sind 855 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet worden, wie aus Zahlen des RKI vom Freitag hervorgeht. Vor genau einer Woche hat das RKI 14.022 Neuinfektionen und 839 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet, Tendenz also fallend. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt laut RKI am Freitagmorgen bei 79,9. Ihr bisheriger Höchststand ist am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die meisten Bundesländer verzeichnen laut RKI weiterhin sinkende Sieben-Tages-Inzidenzen. Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 2.264.909 nachgewiesene Infektionen mit SARS-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte noch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit SARS-CoV-2 gestorben sind, ist auf 60.597 gestiegen. Die Zahl der Genesenen hat das RKI mit etwa 2.8.200 angegeben. Das RKI mit patheticem